Was geht ab, Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Wochenausblick. Ja, bullische Woche an den Kryptomärkten, an den Indizes, ging es mal so, wenn man das so ein bisschen bezeugen kann, beziehungsweise so aussprechen kann. Klar, wir haben unsere Ziele erreicht, da werden wir jetzt auch gleich nochmal drauf angehen, aber ist möglicherweise jetzt wirklich das Ende der Rallye möglicherweise jetzt angelangt? Ist es soweit? Kriegen wir jetzt einen großen Crash oder Sonstiges? Das schauen wir uns an. Außerdem die nötige Newslage, die nächste Woche ansteht, werfen wir auch mal einen genauen Blick drauf. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Wenn ihr Bock auf Talk- und Signale habt, gerne natürlich dazu. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und damit habe ich genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir starten direkt durch und zwar mit dem Mittwoch, Montag, Dienstag. Sehr, sehr wenig Newslage, muss man ganz ehrlich so sein. Deswegen Montag, Dienstag lassen wir jetzt mal raus. Wenig Veränderung hier. Wichtig wird der Mittwoch. Mittwoch stehen die USA-Erzeugerpreise, die Kernrate einerseits für den Monat und natürlich für das Jahr an. Wir fangen an mit der Kernrate. Die Prognose liegt bei 0,1%. Die gehe ich auch sehr, sehr gut mit. Wir hatten vorher 0,4%. Jetzt 0,1%. Warum gehe ich das mit? Jetzt wird es ein bisschen ausführlicher. Letztes Jahr, Januar, war noch kein Krieg. Auch alles okay. China und sowas mit Lockdowns war zwar alles noch. Das hat sich jetzt alles wieder ein bisschen aromatisiert, wenn man das so sagen kann. Auch wenn jetzt in China natürlich wieder Lockdowns ausgeschlossen sind, aber durch die ganzen hohen Infektionszahlen sind natürlich auch wieder ein bisschen Lieferketten gefährdet oder so. Trotzdem, die 0,1% gehe ich mit. Und zwar, das hat den Grund, wir schauen mal kurz auf den Ölpreis. Das heißt, es ist ja immer so ein bisschen ein Vergleich, den ich heranziehe. Und blicken wir auf den Januar 2022. Da sehen wir, okay, der Ölpreis war hier so bei ungefähr 80 Dollar des Barrel Öl. Und da sind wir jetzt momentan auch. Heißt, von den Ölpreisen, also was so die ganzen Preise, Öl, Gas und sowas anbelangt, sind wir jetzt an einem Level, wo wir genau vor einem Jahr waren. Das heißt, die Preisanstiege haben keine Auswirkungen. Jetzt zumindest mehr. Deswegen gehe ich mit diesen 0,1% sehr gut einher. Das heißt, die Nachrichten könnten hier eigentlich ganz normal aufgefasst werden. Wir blicken nochmal so ganz kurz so auf die Jahreskernrate. Hier sind 5,6% prognostiziert. Geht auch einher. Wir hatten immer so 0,5, 0,6% Abschwächung die letzten Monate. Das passt hier auch sehr, sehr gut. Wobei ich mir hier sogar ein bisschen vorstellen könnte, okay, die Kernrate geht sogar noch ein bisschen mehr zurück. Könnte also bullisch für die Märkte auf jeden Fall aussehen. Deswegen nehme ich da immer so ein bisschen gern den WTI, also den Barrel Öl Chart dazu. Was ich daraus halt jetzt ein bisschen Schlussfolgere für die nächsten Monate, beziehungsweise, ja man kann schon Monate sagen, ist, dass die Kernrate und damit auch die Inflation und die Erzeugerpreise deutlich zurückgehen sollten. Ist bullisch für uns, würde ich jetzt mal sagen, jetzt vielleicht den Monat noch nicht so, aber nächsten Monat, wenn die neuen Inflationsdaten kommen, wenn die FED ihren Zinsentscheid macht, könnte das sehr, sehr interessant werden. Weil alles runtergeht, die Inflation geht runter, wir haben aber dann Zinsen von mittlerweile schon 4%, das muss man auch dazu sagen. Das ballert natürlich rein in den Häusermarkt, in die Kredite und Sonstiges. Und irgendwann muss die FED gegensteuern. Natürlich wird sich die FED sich hinstellen und sagen, ja, wir machen nur noch eine Zinserhöhung, weil dann würde es jeder einpreisen, die Märkte würden explodieren, die Inflation würde wahrscheinlich wieder hochgehen. Das muss man der FED auch zugutehalten, dass das jetzt noch nicht passieren wird. Glaube ich auch nicht, in der EU wird es mich nicht wundert, aber in den USA glaube ich daran, ehrlich gesagt, noch nicht. Aber das wird uns einfach die nächsten Monate, denke ich mal, drohen, dass einfach die FED dann irgendwann zurückrudern müsste. Meines Erachtens nach auch, wenn das Sentiment, was auch die Konsumausgaben oder so das ganze Geld von den Leuten in den USA gut ist, die Leute geben ihr Geld aus, sie horten es nicht nur, muss man da halt auch wieder so die Rückschlüsse zu FED ziehen, wenn die FED jetzt sagen würde, okay, nee, wir sinken die Zinsen jetzt auf jeden Fall wieder, würden die Leute noch mehr Geld rausballern. Das würde die Inflation wieder eintreiben. Deswegen verstehe ich die FED, dass da jetzt noch kein Signal kommen wird, aber Börse ist immer Zukunftshandel und deswegen gehe ich davon aus, dass die Zahlen deutlich sinken werden. Und wenn wir uns das mal angucken, wir hatten dann beim Ölchart noch 58% plus und das heißt, die Inflation wird ja immer ein Jahr zuvor berechnet, ist es gut möglich, dass die Inflation dann deutlich mehr zurückgeht, weil wir einfach möglicherweise bis dahin nicht mehr diese Ölpreise haben. Außer der Ölpreis zieht es natürlich auch wieder so hoch, was ich nicht hoffe oder nicht denke. Dann hat sich das natürlich zunichte gemacht, aber das sind so die Sätze, die ich zumindest angehe. Und dann blicken wir auch gleich mal auf den SPX, also auf den S&P 500. Wir sind ziemlich genau da gelandet, wo wir es prognostiziert haben. Blicken ganz kurz mal auf den 4-Stunden-Chart. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, okay, Golden Pocket, das ist so der Anlaufpunkt plus unser Dauertrend, den sollten wir anlaufen. Haben wir einmal angelaufen, wurden zurückgewiesen, zweiter Ankerpunkt mit einem Higher High auf Schlusskurs ist gesetzt. Und das ist verdammt wichtig gewesen, beziehungsweise ist wichtig für einfach eine weitere Rallye, sage ich jetzt einfach mal. Aber auch wenn die Zahlen gut werden sollten, wir haben jetzt einen Kryptomarkt, der extrem positiv ist, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, müssen wir beim S&P 500 über diese Dauertrend-Linie kommen. Die Dauertrend-Linie kennt ihr, wer die Wochenausblicke immer guckt. Wir sind hier aus diesem Falling Broadening Wedge noch nicht ausgebrochen. Wir hatten diesen WIG hier kurz vor Weihnachten, also Mitte Dezember, wo wir drüber waren und sofort wieder abverkauft wurden. Darauf gilt es jetzt für den S&P 500 hier auf jeden Fall drüber zu kommen. Werden wir hier drüber kommen, werden rejected und kriegen hier eine Bestätigung drauf. Also genau hier vielleicht auch beim Golden Pocket, die 3.990-Punkte-Marke, ist es sehr, sehr gut möglich, dass wir die 4.200-Punkte-Marke auf jeden Fall anlaufen. Hier oben haben wir noch ein Gap, das sieht man ganz gut. Die werden früher oder später meistens zeitig gefüllt. Das wäre der erste Anlaufpunkt. Ansonsten kriegen wir die Rejection rein, haben wir auf jeden Fall hier unten noch so ein kleines Gap. Das sieht man hier in diesem Bereich. Das heißt, Korrekturlevel wären so ungefähr die 3.900-Punkte-Marke. Sollten wir hier kein endgültiges Breakout sehen. Dann natürlich die XY. Ganz, ganz wichtig. Hier haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen. Blaue Linie war das erste Level, wo Support hätte reingucken können. Ist natürlich nicht, weil die Zahlen einfach zu gut waren, sage ich mal, für alle Märkte. Aber wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, das Endlevel wäre für mich hier die 101-Punkte-Marke oder 101 US-Dollar, je nachdem, wie man dazu sagt. Dieses Level wird meines Erachtens nach entscheidend sein. Wir sind perfekt hier runtergekommen. Jetzt geht es darum, ob wir hier nochmal einen Abverkauf sehen. Da könnte dann Support reinkommen für den DXY hier unten in diesem Level und dann eine Gegenbewegung kommen. Und ich glaube, nächste Woche, wie gesagt, kommen wir gleich nochmal dazu, dass Krypto doch nochmal stärker einkracht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann Blick rüber zum Dow Jones. Gleiches Spiel hier haben wir auch drüber gesprochen. Wir müssen über dieses Hoch hier drüber kommen. Über das Golden Pocket sind wir wieder drüber gekommen. Haben hier, sind drüber ausgebrochen. Bestätigung, alles perfekt gelaufen. Jetzt wäre hier der nächste Anlaufpunkt aufgrund der positiven Zahlen, die wir diese Woche einfach erwarten, die 35.185-Punkte-Marke. Daran gilt es. Darüber ein Schlusskurs, Daily Close oder vielleicht Weekly Close wäre natürlich noch besser. Wäre extrem bullish für die Märkte einfach. Was da vielleicht auch noch mit reinspielen könnte, da kommen wir zu News am Donnerstag. Die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe, die kommen wie immer Donnerstag und natürlich auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die die letzten Wochen nicht positiv für uns waren. Aber man sieht hier, hier gibt es keine Prognosen mehr, auch nicht bei den Folgeanträgen gibt es die, aber die sind nie zu unseren Gunsten ausgelaufen. Auch wenn jetzt die Prognose zum ersten Mal wieder deutlich korrigiert wurde, wird es interessant werden. Also wir sehen hier natürlich schon so langsam, aber sicher so diese Kurve rein. Also es tut sich was am Arbeitsmarkt. Amazon, 17.000, 18.000 Leute entlassen. Twitter, was weiß ich, alle entlassen Leute und die Tech-Werte werden noch mehr darunter leiden. Jetzt kommen auch die ganzen Quartalszahlen von den ganzen Tech-Werten und so. Also das könnte jetzt, dieses Quartal könnte wirklich entscheiden werden oder die nächsten Wochen, wie macht die Fed weiter. Passt natürlich auch im Februar. Inflationszahlen plus Fed-Zinsentscheid. Also da kommt eine Menge auf uns zu. Was uns auch in die richtige Richtung bringen könnte, meines Erachtens nach. Mittwoch, also Mittwoch, Kernrate, Erzeugerpreise, Donnerstag, USA, Folgeanträge. Die werden extrem entscheidend sein und könnten dann, wie wir eben gerade schon darüber gesprochen haben, auch für den Dow Jones die 35.200 Punkte Marke bedeuten. Wovon ich aber auch ehrlich gesagt ausgehe. Könnte aber dann natürlich auch mit dem DXY passen. Wir kommen in diesen 101er Support rein, machen hier vielleicht einen doppelten Boden. Und dann war es das erstmal mit der Crypto Rally. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Dann Nasdaq, gleiches Spiel. Hier haben wir unser Level noch nicht ganz erreicht. Wir sind zwar genau wie prognostiziert hier hochgelaufen, sind aber noch nicht ganz am Golden Pocket. Also auch hier wird es jetzt darauf ankommen. Golden Pocket bei 11.580 bis 11.630 ungefähr circa liegt das Golden Pocket. Da müssen wir drüber kommen. Und der Downtrend liegt hier auch noch. Also hier kommen entscheidende Tage jetzt auf uns zu diese Woche, sorry, die für mich meines Erachtens nach auch über Bullen- oder Bärenmarkt entscheiden. Das haben wir bei Crypto. Gleich kommen wir darauf. Ich habe es jetzt oft genug angekündigt. Und auch an den traditionellen Märkten. Brechen wir hier diesen Downtrend, sieht es für die ganzen Tech-Werte ganz gut aus. Zumindest mal eine Rally hier hoch bis ungefähr die 12.400-Punkte-Marke, wo hier oben noch so ein CME-Gap liegt, würde einen Pump vom jetzigen Stand aus bedeuten, von 8% und den Tech-Werte haben viel aufzuholen. Und da kommen halt dann auch die ganzen Quartalszahlen der Tech-Werte ins Spiel. Sind die alle positiv, die jetzt nach und nach einflattern? Und auch die Entlassungen und so. Die Entlassungen kommen ja nicht ohne Grund. Das ist halt jetzt dieses Zünglein an der Waage eben. Aber nächste Woche wäre das Ziel, die 11.800-Punkte-Marke für den Nasdaq. Kriegen wir hier oben die Rejection rein, wird es wahrscheinlich nochmal runtergehen. Werden wir drüber schließen. Sieht es gut aus für die Tech-Werte. Und wir könnten hier wirklich auch so eine Rally bis 12.500 Punkte auf jeden Fall sehen. Das war es von der Newslage. Erst einmal, ihr seht schon, steht wenig an. Die XY, was ich nochmal ganz kurz, das bringe ich jetzt mal neu rein, ist Gold. Gold haben wir wenig besprochen, eher mal in Livestreams. Aber das wurde sich jetzt auch das Öftere gewünscht. Wir befinden uns hier mittlerweile bei 1.920 US-Dollar. Warum habe ich das nicht geshortet? Weil Gold überhaupt auch nicht im Bullrun reagiert hat. Und wir immer noch eine schwierige Marktlage haben. Deswegen würde ich mich mit Shorts hier zurückhalten. Wir haben, wenn wir jetzt das Golden Pocket ziehen, von unserem High zu unserem Low, das Golden Pocket jetzt direkt vor der Nase. Also wir sind hier genau im Golden Pocket. Hier ist jetzt auch Make-or-Break-Decision, werden wir hier zurückgewiesen. Und die Korrektur ist meines Erachtens nach absolut überfällig. Während die Korrekturlevel weiterhin hier die 1.700 bis maximal 1.600 US-Dollar Marke. Aber jetzt mal gucken, ob Gold sich darüber stabilisieren kann. Dann sollte sich Gold stabilisieren können. Glaube ich sogar, dass wir hier hoch Richtung 2.000 US-Dollar Marke auf jeden Fall anlaufen können. Und damit zum Schluss gehen wir Richtung Kryptomarkt. Kryptomarkt extrem gepumpt. Wir haben Bitcoin, haben wir heute früh im Update-Video darüber gesprochen, 30% gepumpt die Woche über. Krasse Werte, die wir normalerweise nur im Bullenmarkt kennen. Jetzt auch mal ein bisschen eher. Aber für mich kommt es einfach darauf an. Kriegen wir hier die 21.500 US-Dollar Marke geknackt mit einem Daily Close, sieht es gut aus. Ansonsten gehe ich von einer Korrektur aus, die zumindest in das Golden Pocket, die unten reingeht, bei den 18.300, wenn nicht sogar 17.500 US-Dollar. Das ist die Marke, die muss halten. Wenn wir die halten, sieht es gut aus für den nächsten Versuch die 21.500 US-Dollar Marke. Ansonsten bin ich noch skeptisch. Muss man einfach aufpassen nächste Woche. Ich würde jetzt auf jeden Fall nicht mehr in Longs rein, chillen. Ich würde aber auch hier, wer Bock hat zu shorten, sollte machen. Ich werde aber keine Setups oder sonstiges hier jetzt reinposten oder besprechen, dass wir hier shorten und sonst was, weil das Risiko zu hoch ist. Und solche Candles rate ich immer ab, nicht rein zu shorten. Deswegen werde ich jetzt auch hier nichts uncrawlen oder sonstiges. Bullish wäre es, Golden Pocket, Retest, schöne Stabilisierung, Pump nach oben, Höheres hoch, fertig. Und dann haben wir Luft bis 30.000 US-Dollar. Warum ich skeptisch bin, werdet ihr jetzt sehen. Wenn es lädt. Sorry für die Stille. Das steht an. Diese Woche, World Economic Forum. Wer weiß, was da noch so kommt. Einfach 16. bis 20. Januar. Behalte das im Kopf. Vielleicht passiert, werden da irgendwelche Bekanntmachungen oder sowas gemacht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist immer noch sowas, wo man einfach mal einen Blick behalten sollte. Ripple da natürlich auch implementiert. Wird ja auch immer viel geworben. Ripple, WEF und sowas. Schaut es euch einfach an. Das war mein Schlusswort dazu. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Morgen früh dann. Und ansonsten gerne Like da lassen. Abonnieren. In die Telegram-Hube reinscheuen. Das war es von mir. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.